Wir sind heute das Projekt Heidi Hurt anschauen. Das ist eine Community von Frauen, die unterstützt werden, was die Ernährung angeht. Man merkt, die Frauen sind wirklich dankbar, dass sie die Möglichkeit haben zu lernen, was gesund ist für ein kleines Kind, weil es doch viele Mangelernärer sind. Es ist auch schön zu sehen, dass sie das untereinander weitergeben. Die World Vision pflanzt das sozusagen. Sie bringen Informationen und lassen das gedeihen, aber mit den Leuten vor Ort.